Lifty und Scoop, die Roboter und Lea, machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo, Leo der Lastwagen. Das ist der Flughafen. Was machen die Roboter denn da? Mal sehen. Sie putzen die Fenster. Ein bisschen höher, blauer Roboter. Lass den Scherenlift hoch. Hoch geht's. Dem lilafarbenen Roboter ist langweilig. Er möchte spielen. Oh, ein Ball. Hui! Der lila Roboter spielt Ball. Das ist keine gute Idee. Keboom! Vorsicht! Der Ball ist in die Werkzeugkiste geflogen und hat alles verstreut. Oh je, so war's aber auch. Zum Glück ist das Fenster nicht kaputt gegangen. Auweia, dein Arm. Die Glasscheibe wackelt. Weil sich der Roboter gegen das Fenster gelehnt hat, ist die Glasscheibe zerbrochen. Wir helfen den Roboter beim Fenster putzen und dann gehen wir spielen. Der rote Roboter hat die Scherben aufgekehrt und in einen Eimer geworfen. Hallo Roboter. Diese Fenster sehen wirklich sauber aus. Ach, Lea, wenn du wüsstest. Oh, was? Was? Ja, ja, war ja klar. Die Roboter haben die Fenster kaputt gemacht. Wir müssen neue Fenster holen. So große Glasscheiben können wir nicht transportieren. Dafür braucht man ein spezielles Fahrzeug. Bauen wir eins, Leo. Ja, wir bauen einen Innenlader. Leo lädt die Teile ab. Da sind die Räder. Als erstes bauen wir die Zugmaschine. Die Fahrerkabine ist fast fertig. Roboter, das sind die Auspuffrohre. Sitze, Lenkrad und Türen. Könnt ihr Ritter bitte aufhören, euch zu duellieren? Sonst macht ihr wieder was kaputt. Na also. Jetzt der Anhänger. Auf die lange Plattform kommen drei Ständer. Die sind für die Glasscheiben. Die Karosserie. Gepolsterte Spangen. Damit werden die Glasscheiben an den Ständern befestigt. Prima! Das sind die Räder des Anhängers. Insgesamt sind es sechs. Drei kommen auf diese Seite und drei auf die andere. Der Anhänger bekommt natürlich auch ein Dach. Und Türen. Jetzt können wir den Anhänger an die Zugmaschine ankoppeln. Ah, fertig. Gehen wir die Glasscheiben holen. Der rote Roboter wird den Innenlader fahren. Los geht's! Unsere Freunde wollen auf Leas Schrottplatz Glasscheiben suchen. Roboter, an die Arbeit! Das war die erste Glasscheibe. Das ist die zweite. Ein Innenlader kann viele Glasscheiben transportieren. Damit die Glasscheiben nicht umkippen und kaputt gehen, befestigen wir sie mit den Spangen. Da ist der Innenlader auch schon. Das war schnell. Jetzt müssen wir die Glasscheiben nur noch ausladen und an ihren Platz setzen. Eins, zwei, drei. So gut wie neu. Stabil und sauber. Sehr gut. Scoop? Lasst uns Ball spielen. Fang! Nein! Der rote Roboter hat den Ball gefangen. Scoop, ihr solltet lieber auf dem Fußballplatz spielen. Jan. Sh airline? Es ist schrecklich. Sofia hat apologize.